Ich weiß, jetzt habe ich dich. Attentäter, Hilfe! Stirb! Und singe dich! Stirb endlich! Du bist im Fluss lang. Du brauchst dich erst weg. Wo ist der hin? Du kannst dich nicht ewig verstecken. Verdammt! Ich werde dich finden. Hilf mir, nach ihm zu suchen. Nein! Hier ist der Film auf dem Weg. Jetzt hab ich dich. Es wird ein Versteckchen. Vergiss es. Ich will das nur. Stopp! Was willst du denn? Stopp! Verdammt! Ich hab glaube ich gar nicht mehr so viele Hearthpacks, oder? Ach doch, sieben. Okay. Wo habe ich denn? Das sind die Springminen. Das sind die Granaten. Die Granaten sind auch der Fünf. Okay. Gut. Ist das Rad eigentlich anpassbar, wenn ich jetzt noch mehr, äh... Wie heißt das? Fähigkeiten bekomme? Ist das dann... Wird das Größe? J. Okay. Was ist denn mit Aufseher Martin? Ach, das ist der, den ich retten soll, ne? Wo verstecken wir den denn? Ich glaube, hier ist gut. So. Ja, du bist Aufseher Martin. Hab ich schon festgestellt. Danke. Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Einem großen Nichts. Ich spendiere Ihnen 100 Drinks. Ähm. Ich leide unter schlechter Durchblutung und habe meine Handschuhe vergessen. Es wäre nett, wenn Sie mich freilassen oder mir wenigstens etwas Feuerholz bringen könnten. Wie zum... Man weiß die feine... Das war ja einfach... Ich dachte, das wäre schwerer jetzt. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Hab ich vor. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden Sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Körnau, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können Sie das zu Ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten. Also werde ich mich zum Houndpitzpap begeben. Wenn ich den Schufer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinterhof auf Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister Sie leiten und mögen... 126 Meter, 116 Meter. Sind nur zwei Ruhen hier, gut. Dann kann ich ja wieder teleportieren nehmen. Ich las just in den Archiven vom Zeichen des Ketzers. Das war schmalzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das... Was? Wo? Moment. Es gibt eine Methode, um Aufseher zu exkommunizieren. Sogar den Oberaufseher persönlich. Die dafür benötige Vorgehensweise findet sich in dem Buch der Archiven. Dann machen wir doch erstmal das. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens befindet sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß er, beckelnd. Was hat er verbrochen? Wer weiß? Das Zeichen ist für einen Aufseher. Oder gar den Oberaufseher reserviert. Der unsere Gesetze bricht und für immer ausgestoßen werden muss. Befolgen Sie die sieben Gebote. Und Sie müssen sich darüber keine Sorgen machen. Das werde ich, Bruder. So. Hm. Ach scheiße, acht war das doch. Oh. Oh. So. Nachts sehe ich aber wieder aus. Nein, nacht. Ich war wieder aus. Ach so, ich sehe aus. So. Was haben wir hier? Springmine, Dose und Brandmark-Anweisung. Hm. Da war mal wieder das Telefon. Ich habe es mal wieder verpeilt, es auszumachen. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treten? In der Tat, das glaube ich. Es gibt viele Wege durch deine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Probiere verschiedene Wege aus, um deine Ziele zu erreichen. Okay. Okay. Dann gucken wir da erst mal hier unten, oder? So. No one will us from death, okay? So, ich muss hier weiter. Duck dich. Das haben wir hier. Wolzen. Da ist ein Elixier, das nehmen wir auch mit. Und hier ist eine Kette, die hoch geht. Okay. Ich würde sagen, No dumping, grains leads to streets. Okay. Ich würde sagen, wir sind schon mal nicht verkehrt. Was ist jetzt hier hinter? Keiner. Gut. Candles. Was ist hier? Geht's raus. Und hier? So ein Zwinger gehen? Nein. Nein! Nein! Pass gut auf, heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Er ist... Missionshinweise aktualisiert. Ja schön, welche denn? Und ich glaube, ich muss... Ich bin falsch. Ich muss hier lang. Oder? Ja. Genau. Ich muss nach draußen. Ach, guck mal. So. So. Wo geht's denn jetzt weiter? Da ist noch ein Tunnel. Gehen wir erstmal da rein. Ich kann Candles Tagebuch nirgendwo sehen. Äh. Das war eine dumme Idee. Wenn er uns hier erwischt... Ich habe doch schon hundertmal gesagt, dass sich Candle oben mit dem Hauptmann der Wache trifft. Ja, schön, aber... Also, such weiter. Und ich hab dir schon hundertmal gesagt, Archer, dass ich sicher bin, dass er sein schwarzes Buch stets meint. Verdammt, nein! Und ich hab dir schon gesehen. Ja, so so. Danke. Damit hat sich das jetzt wieder erledigt. Ich versuche wieder zu schweigen und was funktioniert? Nichts. Danke. Ja, wir machen den Scheiß nochmal. Meine Fresse, ey. Ich bin zu still wieder. Ich versuche mich zu konzentrieren, bin zu still und alles geht schief. So. Das Archiv ist also da oben. Beatskarte ansehen. Du bist hier. Es muss nach 8 zum Archiv. Das heißt, es ist direkt da neben mir. Den habe ich übersehen, aber der hat zum Glück nicht geschrien. Wo will der hin? Okay, der guckt sich das Bild da jetzt an. Und geht dann hoffentlich gleich in die andere Richtung. Geh weiter. Okay. Ich... Ich... Untertitelung des ZDF für funk, 2017